Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute zeige ich dir mal, wie ich ein herzhaftes, natürliches Antibiotika hergestellt habe. Das Rezept habe ich irgendwo im Internet gefunden, siehst du am Ende des Videos. Viel Spaß! Hast du denn so ein Booster für dein Immunsystem? Viele machen ja immer viel mit Zitrone oder Obst oder weiß der Teufel was. Ja, ich habe es hier einfach wirklich sehr herzhaft. Vielen Dank für's Zuschauen! Amen. 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 Amen.